Alle Kinder haben ihn gern, arm und reich, groß und klein, dieser immer frohe Herr, wer kann das nur sein? Wenn der Nikolaus nach Kitzbühel kommt, ist dem Stadl wieder einiges geboten. Auch dieses Jahr waren wieder viele hunderte brave Kinder vor Ort, um die begehrten Sackerl vom Nikolaus zu holen. Nikolaus, Nikolaus, guter Mann, zieh die Sonntagsstiefel an, reiß damit nach Spanien, kauf Äpfel und Kastanien, lass die Busen laufen, die können sich was kaufen. Musik Bring den kleinen Kindern was, macht ja allen so viel Spaß. Stell dein Schindel unter den Tisch, dass es Heu und Hafer frisst. Heu und Hafer frisst es nicht, Zuckerplätzchen kriegt es nicht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 St. Nikolaus, St. Nikolaus St. Nikolaus, komm in unser Haus, lehr die vollen, vollen Taschen aus Stell die Schimmel auf den Mist, auf den Mist, auf den Mist Dass er Heu und Hafer frisst Dass er Heu und Hafer, Heu und Hafer, Heu und Hafer frisst St. Nikolaus, St. Nikolaus St. Nikolaus, komm zu uns herein, sollst uns allen sehr willkommen sein Stell den Sack nur immer hin, immer hin, immer hin Sind wohl Äpfelnüsse drin? Sind wohl Äpfelnüsse, Äpfelnüsse, Äpfelnüsse drin? St. Nikolaus, St. Nikolaus St. Nikolaus, komm in unser Haus, ruf von einer langen Fahrt dich aus Lass die Brute immer draus, immer draus, immer draus Sind nur gute Kind im Haus Sind nur gute Kind, nur gute Kind, nur gute Kind im Haus Als auch der Nikolaus weiterzog, um auch die anderen Kinder zu beschenken Trauten sich auch die finsteren Gesellen herein Und das teuflische Treiben nahm seinen Lauf Der Fürst, der Finster Ich bin der Abgrund Das Chaos Mein Name ist Lucifer Ich bin der Partikelist Die Garelle, der Sicherist Ich komme aus dem Reich des Bösen Mein Reich ist das Böse Ich bin der Abgrund Die Entwürdigung Das Chaos Abgefallen von Gott Bin ich der Versucher Ich bin der Antichrist Mein Name ist Lucifer Lucifer Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020